Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Badwars auf dem Gommel Server und ihr denkt jetzt wahrscheinlich warum hat der Spasti sein Intro vergesse Und ich habe kein Intro vergesse, ich habe jetzt ein neues von dem lieben Vortex und ich würde sagen ihr seht es jetzt in 3, 2, 1, gönnt euch Und ich finde es einfach das Intro so verdammt geil, ich kann es einfach nicht anders beschreibe, ich bin heute Morgen, also ich nehme es jetzt so um 9 Uhr auf, ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, gehe so auf YouTube, will halt mein neues Video hochladen und denke mir so, ey, da steht, empfohlenes Video, Intro Danilo von Vortex Und es war eben so, ich bin vor 2 Tage, hat er mich so angeschrieben, ja, hast du Bock auf ein Intro, ich würde dir eins machen Und dann habe ich so geschrieben, ja, kein Problem, ich würde auf jeden Fall eins vertragen, weil ich meine, meins ist ja nicht so wirklich das Beste Und ich bin durch Okay, doch nicht Hä? Grün ist weg Und rot ist weg Aber meins lebt noch, mein Bett Okay, gut So, dann machen wir jetzt halt weiter Ähm, ja, und ich bin so, der Vorzweiter hat er mich angeschrieben und ich so, ja, kann ich mache, wenn du willst, wenn du Zeit hast, weil er macht kostenlose Intros Kann auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbeigucken, Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung Und lass einfach mal schöne Grüße von mir da Also ich finde, ich feiere das Intro einfach Und eben dann habe ich so, ja Ich hätte gerne einen Okay, unser Unser Bett ist doch weg Ups, ich bin verplant Naja, egal Dann werde ich jetzt eh gleich sterben Zack, so Rot lebt nicht mehr, aber gelb lebt noch Und blau lebt noch Aber ich nehme jetzt erstmal Die vier Gold mit Und renne wieder zurück in die Base So Und jetzt, wenn ich in der Base bin, dann Konzentriere ich mich jetzt Ja, auf das weiß ich hier labere, weil ich labere gerade ziemlich am Thema vorbei Auf jeden Fall Bin ich dann Ja, habe ich dann so Gerschen Abend so gedacht Ja, so ein chilliges Intro wäre mal So geil Soll ich ihn jetzt noch anschreiben oder Macht der Er kann ja einfach jetzt so eins so machen, wie er denkt Und dann habe ich so gedacht Ja, lass ich ihn jetzt einfach mal machen Ich meine Es wird nachher so oder so wahrscheinlich geil Weil ich mich ja jetzt ziemlich mit jedem Intro zufrieden gebe Weil das Ich feiere es einfach Und Ja Dann Ich habe morgen eben so auf meine Abo-Box geguckt Steht da das Intro und ich denke mir so What? Wie schnell ist der fertig? Und dann habe ich heute Morgen in Skype geguckt Er hat mir tatsächlich Um 21 Uhr geschrieben Ich bin gerade an deinem Intro dran Und Ja, dann habe ich Eigentlich hätte ich gedacht Das geht länger, das Intro machen Und dann war er um 22 Uhr Ich habe geschrieben, ja, dein Intro ist fertig Ich gucke, ich denke mir so Okay Das ging Das ist jetzt aber schnell gegangen Aber das ist was richtig Was richtig geil ist draus geworden Und Ich feiere es einfach Hard Und So Oh Dead bow skills, digga Easy Get wrecked, du Opfer Oh, das läuft Das läuft Ich bin einfach gerade so glücklich Es war jetzt vor Zwei Stunden, wo ich eben das Intro gekriegt habe Und Ne Ich finde es cool Ich finde es echt Nicht schlecht Muss ich sagen So Jetzt gucken wir, dass man das Gameplay noch irgendwie hinkriegt Und jetzt habe ich eben neues Sunnail Design Und Neues Skin Äh Neues Skin vor allem Neues Intro Ich finde es cool Ich feiere auch das Ich feiere auch das Und Komm her Zack Weg, Junge Mit deinem Eisenschwert Komm her Was ist die Oh, weg Weg Teammate Komm zurück So Oh Es lag Es lag Es lag Es lag Okay Gut Zack So Also lasst auf jeden Fall mal ein Like da Wenn euch das Video gefällt Und geht eben Zu Wortex rüber Und lasst Freundlich die Grüße da Lasst ihm ein Abo da Und Er macht echt coole Intros Also könnt ihr echt mal vorbeigucken Da bin ich auch Über auf ihn aufmerksam geworden Dann habe ich ihn halt abonniert Und Habe ihn so Ich schriebe ja Cooles Intro und so Aber ich habe nicht geschrieben Dass er immer es machen soll Also es ist So habe ich es nicht geschrieben Ah, das ist unser Team Okay Und Ähm Dann hat Ich er auf Mein Kanal Hat Mein Kanal abonniert Und der ist auch schon Alter Gommes Server Leck Was ist denn los Ähm Dann hat er eben vor Ich glaube so Eineinhalb Monate Mein Kanal abonniert Weil dann meine Videos auch Cool fand Und So ist eben Die Verbindung entstanden Dann hat er Eber Habe ich ihn mal in Skype geedit Beziehungsweise Ja doch Ich habe ihn in Skype geedit Weil er mich gefragt hat Und Dann Wird vielleicht sogar In naher Zukunft Was mit ihm kommen So auf jeden Fall Würde ich mich drüber freuen Wenn wir das mal hinkriegen Und ja Ich labere Einfach nur Scheiße jetzt gerade Aber Ich bin gerade ein bisschen Verplant Sorry dafür So Die habe noch ein Bett Mir habe kein Bett Wir sind aber noch zu zweit Die auch So Die haben 100 Brunnenbogen oder Das kann mir keiner erzählen Dass die keinen Bogen habe Die würde schon lange schießen Wenn die einen Bogen habe oder 12 12 Okay ich gehe jetzt nochmal zurück Und Hol mir ein Eiseschwert Hey servus Und Er hat auch ein Eiseschwert langt Und vielleicht ein Stärketrank Und dann gehe ich vielleicht sogar rüber Ich weiß ja nicht ob die jetzt ein Bogen haben oder nicht Das ist so unschlüssig irgendwie So Jetzt werden wir jetzt einfach gleich ausprobieren Wir müssen einfach die Mitte dominiere Und dann passt das So Oh der wird weggespampt wie so ein Bastard Heia 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 Zack 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 Weg Und Zurück Heia Heia Fuck it So Schon ein anderer Team mit hin Was macht der? Lässt mich im Stich oder so? Kann das sein? So, ich heim mich jetzt nochmal Die hat auf jeden Fall keinen Bogen, so wie es aussieht So, runter Und jetzt rüber Fuck Ich muss das weg machen So, mein Team ist echt nicht schlecht Findest, dass er kein Skin hat Weil ich bin ja eher skeptisch, was so welche Leute mit Skin angeht Ja, ohne Skin meine ich So, ich schreibe jetzt auf jeden Fall meine Stärke dran Jetzt geh mal rein Zack So, ein bisschen Killer hier Zack, 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 zack Teammate, pass auf Ich baue das Bett ab Ich müsste hinkriegen, oder? Habe ich doch Heck, heck Und jetzt kill sie Kill sie nach dem Hitsch, den Schuss Jawoll Gedreht Gedreht die Runde Einfach geil Und ich würde sagen Wenn euch diese Runde gefallen hat Und das Intro gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Schaut bei Vortex vorbei Link in der Beschreibung Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao Ciao